Unter den Linken, der Phönix-Tag aus dem Herzen der Hauptstadt mit Michael Hirtz. Was die Deutschen möglicherweise von anderen Europäern deutlich unterscheidet, ist ihr besonderes Verhältnis zur Inflation. Diese Angst vor Wertverlust scheint geradezu Teil der nationalen DNA zu sein. Doch derzeit erlebt das Land eine Inflation besonderer Art, eine Inflation der Skandale. Diesen Eindruck zumindest vermittelt das, was uns an Schlagzeilen und an Sondersendungen täglich begegnet, in den letzten Monaten zumindest. Kachelmann, Käßmann, Sarrazin, Guttenberg und jetzt der Bundespräsident. Die Liste ist unvollständig und das Ende offen. Damit herzlich willkommen bei Unter den Linden, dem Phönix-Gespräch aus Berlin. Leben wir in einer Republik der Skandale, vielleicht sogar in einer Bananenrepublik? Oder nehmen die Medien stellvertretend für die Öffentlichkeit ihr Wächteramt in der Demokratie nur präziser wahr? Sind Maßstäbe vielleicht verrückt? Erzeugen Fernsehen, Zeitungen, Radio und das Internet künstliche Hysterie, um Quoten und Auflagen zu steigern? Darüber wollen wir heute bei Unter den Linden sprechen. Und wir wollen das tun mit zwei ausgewiesenen Experten, aber auch Betroffenen. Und zwar sind meine Gäste Bettina Gauss, bekannte Publizistin und Journalistin bei der Tageszeitung Taz in Berlin. Herzlich willkommen. Und bei uns ist das ARD-Gesicht des Ersten, zumindest wenn es um politische Berichterstattung geht, der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios hier in Berlin, Ulrich Deppendorf. Wir kommen auf Sie. Frau Gauss, wenn man den Bundespräsidenten in den letzten Tagen so erlebt bei öffentlichen Auftritten, dann muss man sagen, er hat ja zumindest gute Nerven und eigentlich macht er bei diesen Auftritten doch nicht so viel verkehrt. Nötigt Ihnen das Respekt ab? Das nötigt mir keinerlei Respekt ab. Und das ist natürlich eine Frage, was man unter verkehrt versteht. Und ich halte die ganze, ich wage das Wort Krisenmanagement für das, was ich da seit Wochen mir angucke, gar nicht zu nennen, das Wort gar nicht auszusprechen. Ich halte das, was er tut, für prinzipiell falsch. Und ich wundere mich ehrlich gesagt auch über einige Reaktionen öffentlich, die ja jetzt, es gibt ja immer so einen Konjunkturbarometer, mal ist es ganz schlimm, was er tut, mal ist es ganz wunderbar, was er tut, mal ist es so mittel. Und seine jüngsten Auftritte werden ja eher wohlwollend wieder zur Kenntnis genommen, als es noch vor einer Woche gewesen ist. Um offen zu sein, mir ist das vollkommen unbegreiflich. Das spricht ja eher dafür, dass seine Strategie gar nicht so erfolglos ist, aber da werden wir im Laufe der Sendung sicher noch... Das glaube ich nicht, denn es ist nicht zu Ende. Die Messe ist noch nicht gelesen. Gut, auch da werden wir gleich noch drüber sprechen, auch über Details des Krisenmanagements und die Frage, was ist denn wirklich irgendwie Kern dieser Geschichte. Uli Deppendorf, Sie haben das erste große Interview mit dem Bundespräsidenten geführt, nachdem diese Vorwürfe öffentlich gemacht worden waren und öffentlich geworden sind. Mit welcher Absicht, mit welcher Intention sind Sie eigentlich in dieses Gespräch reingegangen? Wir wollten versuchen, aus dem Bundespräsidenten ein bisschen mehr Wahrheit herauszubekommen, als er das davor hat verlauten lassen. Ihn zeichnet ja aus, dass er bei seinen Ausführungen immer so ein bisschen knapp an der ganzen Wahrheit vorbeigegangen ist. Mindestens. Mindestens, andere nennen das schon schärfer. Wir haben versucht, da mehr herauszufinden. Wir wollten auch von ihm wissen, ob er vielleicht ein Gespür dafür bekommt, was er vielleicht auch falsch gemacht hat, welche falschen Ansätze er hatte, ob er vielleicht was verwechselt hat, ob er zu schnell oder zu kräftig in einer ganz bestimmten Schicht da in Hannover eingetaucht ist und da die Maßstäbe dann verloren hat. Wir hatten nicht viel Zeit. Wir durften eigentlich nur 15 Minuten, haben dann aus eigener Machtvollkommenheit 21 Minuten gemacht. Ich glaube, es ist uns teilweise gelungen. Manches hätte man sicherlich noch weiter ausführen können. Das waren aber unsere Intentionen, doch zu zeigen oder aus ihm heraus zu kommen. Wie war es wirklich, hat er eine Art von Selbstkritik, die hat er in Teilen geäußert, aber er hat ja ein Schutzschild um sich herum. Da ist, kann man sagen, mit dem Wörtchen einmal Mann und einmal wir. Also es gibt so zwei Präsidenten. Es gibt den großen Oberpräsidenten Wulff und darunter ist dann der andere Präsident Mann, der sozusagen immer versucht, Erklärungen zu finden, warum etwas von Mann nicht so gelaufen ist, wie man sich das eigentlich richtigerweise hätte vorstellen können. Das haben wir versucht, ein bisschen herauszufinden. Jeder Zuschauer musste sehen, ob es uns gelungen ist. Ich glaube, er hat dann im Nachhinein sogar mehr gesagt, als er, glaube ich, eigentlich wollte. Das heißt, insofern haben sich Ihre Erwartungen schon erfüllt, weil Sie ihm etwas entlockt haben, was er nicht zwingend von alleine gesagt hätte. Ich glaube schon, ja. Frau Gors, versuchen wir doch mal diesen Fall, diese Affäre, diese Causa, sagt man ja immer gerne, um es ein bisschen neutraler zu halten, Wulff, so einzuordnen in die deutsche Nachkriegsgeschichte. Wenn man mal sieht, welche Affären, welche Skandale es gegeben hat seit 1945, das waren ja eine ganze Reihe. Das war Glopke, der im Kanzleramt gesessen hat bei Adenauer, das war die Spiegel-Affäre, das war die Amigo-Affäre und, 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 und. Also da gibt es ja eine ganze Reihe. Ist das, was wir jetzt um den Bundespräsidenten herum erleben, ist das so einzuordnen, dass man sagt, das ist so auf gleicher Spielhöhe? Na Moment. Oder ist das eine... Es ist ja wirklich in der Tat noch nicht vorbei. Stand heute. Stand heute verdichten sich die Anzeichen, um es ganz vorsichtig auszudrücken, wenn man nicht sogar schon von einem Beweis sprechen kann, dass die niedersächsische Landesregierung das Parlament belogen hat. Auf entsprechende Fragen hin, nämlich ob an einer bestimmten Veranstaltung, ob da Staatsgelder geflossen sind oder nicht. Früher war es so, bei Skandalen, die Sie erwähnt haben, dass es so etwas gab wie eine politische Verantwortung. Das heißt, was ich besonders irritierend finde, ist, dass der Bundespräsident immer da steht und sagt, aber davon habe ich doch nichts gewusst. Er hat also von allem Möglichen nichts gewusst. Er wusste nicht, dass ein Unternehmer für ein Buch von ihm eine Anzeigenkampagne geschaltet hat, hat mit dem auch nie geredet, obwohl sie gemeinsam Urlaub gemacht haben darüber. Er hat nicht gewusst, dass er im Hotel abgegradet wurde. Er weiß alles Mögliche nicht und jetzt weiß er angeblich nicht, dass auf eine entsprechende Frage, die im Landtag an die Regierung gerichtet wurde, offensichtlich sein engster Mitarbeiter, sein siamesischer Zwilling, wie er selbst gesagt hat. Was er heute vermutlich so nicht mehr sagen würde. Und der Leiter der Staatskanzlei. Sie meinen den Sprecher, den früheren Sprecher von Hannover wie in Berlin. Ich meine den heutigen Chef des Bundespräsidialamts, damals Leiter der Staatskanzlei, Herrn Hagebölling. Herr Hagebölling, dass die beiden, natürlich gilt die Unschuldsvermutung, aber was bisher bereits undementiert bekannt geworden ist, lässt doch den Verdacht sehr nahe, sehr stark aufkommen, dass eben in der Tat das Parlament belogen worden ist und ich frage mich die ganze Zeit, warum es dann eigentlich noch um die Frage geht, was Christian Wulff im Einzelnen gewusst hat. Die politische Verantwortung dafür trägt er in jedem Falle und um auf Ihre Frage zurückzukommen, das hat früher für einen Rücktritt durchaus gereicht. Selbst wenn man nicht dem jeweiligen Amtsinhaber ad personam nachweisen konnte, beteiligt gewesen zu sein. Dann halten wir fest, also da in dem Punkt hat sich was getan, dass man früher eben in dem Fall dann tatsächlich sagte, ich übernehme die politische Verantwortung, weil es nicht in meinem Bereich hätte passieren können, selbst wenn ich nachweisen kann, ich als Amtsträger... Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und dass man sich wieder darauf besinnt, was politische Verantwortung eigentlich bedeutet. Ich würde übrigens gerne noch eine Sache hinzufügen, was ich so eigenartig finde, weil Sie vorhin nach den Reaktionen fragten, ist, dass jetzt so kommt, naja, es kommt doch nichts Neues mehr raus, das ist doch immer nur dasselbe. Ich habe den Eindruck, das ist eher eine Langeweile mancher Medien am Thema und möglicherweise auch eine Langeweile der Öffentlichkeit. Es kommt was Neues raus und zwar was substanziell Neues. Wenn wir darauf gleich kommen, will ich Ihnen nichts vorwegnehmen. Da sind wir sehr gespannt drauf, das halte ich fest, wenn Sie da nähere Kenntnisse haben. Sie haben ja gefragt, ist das vergleichbar mit früher? Ich glaube, wir haben früher in der Tat ein paar Affären gehabt, die waren noch ein bisschen härter. Also wenn ich an die Spiegel-Affäre schaue... Oder Barschel-Pfeiffer. Oder Barschel-Pfeiffer. Spiegel waren richtig anschlägt aufs Grundgesetz, Pressefreiheit. Wir haben aber auch andere Geschichten gehabt. Ich nenne mal die Schipp-Affäre von Herrn Möllermann. Der ist zurückgetreten, weil er auf einen Briefbogen seines Ministeriums für den Chip-Hersteller... Er war damals Wirtschaftsminister, muss man mal sagen. Er war Minister, genau. Wirtschaftsminister und hat Werbung gemacht für einen Chip, den sein Schwager, glaube ich, hierhergestellt hat. Dafür ist er zurückgetreten. Wenn ich das mir nun anschaue, ist da die Schwelle heute eines Rücktritts auch einmal sehr hoch angesetzt. Und da müsste sich vielleicht auch ein Bundespräsident mal ein bisschen fragen, wie das früher in der Geschichte war. Ob man dann nicht doch den Mut und die Konsequenz ziehen muss, sagen ich, für mich war es das jetzt. Sie haben das Stichwort genannt, Bundespräsidenten. Müssen für einen Bundespräsidenten, der ja eigentlich keine sehr mächtige Figur ist, aber trotzdem ein, er ist sozusagen der Notar der Bundesrepublik Deutschland. Er unterschreibt letztlich die Gesetze, bevor sie wirksam werden. Müssen an ihn andere Anforderungen gestellt werden, als zum Beispiel an einen Verkehrsminister, einen Wirtschaftsminister? Ich glaube nicht. Also, ich meine, er muss kein perfekter Mensch sein, gar nichts. Aber ich glaube, er muss die Bedingungen kennen oder die Voraussetzungen kennen, die ein solches Amt erfordert, wenn ich es übernehme. Er ist ja nicht nur Vorbild und soll ein Artvorbild sein für alle von uns, sondern wenn ich mir alleine den Bundespräsidenten auch jetzt nochmal in seiner Rolle als Ministerpräsident vorstelle, wie will er eigentlich seinen Beamten erklären, was er früher in Anspruch genommen hat, und ein normaler Beamter in Niedersachsen, der, ich sage mal, jetzt upgraden lassen würde im Bayerischen Hof in München, ich glaube, der hätte am nächsten Tag ein Problem, wenn er das so machen würde. Also, er muss kein perfekter Mensch sein, aber ich glaube, er muss schon eine gewisse Grundstruktur haben, die erkennt, was kann ich als darf ich machen, was ist vollkommen ausgeschlossen, und wo ist für mich eine Grenze, die ich überschreite, wenn ich sozusagen auf bestimmte Angebote mich einlasse. Das hat er als Bundespräsident nicht, aber er hat eine Geschichte, er hat eine Vergangenheit und die spielt mit. Und wenn er dort angeklagt wird, und es würde sich wirklich rauschen vor dem Verfassungsgericht in Hannover, und nicht er, sondern die Landesregierung, dann bin ich auch bei Bettina Gaus, dann hat er spätestens dann, und bei dem Urteilsspruch, der gegen ihn möglicherweise ausgeht, gegen die Landesregierung, dann müsste er die Konsequenzen ziehen, spätestens dann. Aber aller spätestens, ich würde es gern früher sehen, mir war in den letzten Wochen viel zu oft wolkig von der Vorbildrolle des Bundespräsidenten, und dann kann er für uns nicht mehr Vorbild sein. Andrea Nahles, die Generalsekretärin der SPD, hat das auf für mich unnachahmliche Weise formuliert, ziemlich am Anfang der Affäre. Christian Wulff kann für mich kein Vorbild mehr sein, und deshalb auch nicht für die Republik. Also da stimmt schon gar nichts. Erstens glaube ich ihr keine Minute, dass er ein Vorbild für sie gewesen ist, und zweitens wäre es theoretisch vorstellbar, dass jemand für die Republik ein Vorbild ist, der nicht für Andrea Nahles ein Vorbild ist. Beides geht. Aber ich will gar nicht, dass der ein Vorbild ist, und ich brauche auch kein Erweckungserlebnis vom Bundespräsidenten. Es reicht mir, und ich finde das eine wirklich bescheidene Anforderung, es reicht mir, dass er nicht peinlich ist. Und diese Anforderung hat er in den letzten Wochen einfach nicht erfüllt, im Unterschied zu fast allen seiner Vorgänger. Und der Einzige, der mir einfiel, der wirklich peinlich war, der konnte nichts dafür, bei dem lag es an schwerer Krankheit. Das war Heinrich Lübcke. Das war Heinrich Lübcke. Und ich finde eben nicht, dass er erst dann zurücktreten muss, wenn er verurteilt wird, oder wenn das Urteil gespallen ist, sondern ich finde auch, Sie haben, ich habe das ja vorhin gesagt, es kommen neue, substanziell neue Sachen raus. Ich fand schon diese ganze Debatte, wie lange muss man mit jemandem befreundet sein, um bei ihm in welcher Art und Weise Urlaub machen zu können, hart an der Grenze. Nur, er war nicht mit einer Marmeladenfabrik befreundet. Die Tatsache, dass er sich von einer Marmeladenfabrik hat auf einen Filmball einladen lassen, ist nochmal eine neue Qualität. Und da bin ich wiederum bei Herrn Deppendorf. Kein Beamter darf auch nur drei Flaschen Rotwein annehmen. Warum soll denn bitte für einen Ministerpräsidenten was anderes gelten, dass dies sich nicht gehört, selbst wenn es nicht gesetzeswidrig ist? Das müsste eigentlich jedem Minister, jedem Staat, Oberhaupt und jedem Bundeskanzler klar sein. Genau. Jetzt müssen Sie aber trotzdem mal uns ein bisschen noch aufklären an Ihrem Geheimwissen teilhaben lassen. Nein, nichts Geheimwissen. Substantiell Neues sagen Sie, kommt da noch? Nein, nicht kommt da noch, sondern ist gekommen. Und trotzdem lese und höre ich in den Nachrichtensendern, jetzt sei das ja immer alles nur dasselbe. Und dann wird das Bobbycar genannt, das ich in der Tat auch hochgradig albern finde. Das war das Geschirr eines Autohauses an die Familie Wolf. Wenn Christian Wolf eine gute Verteidigungsstrategie hätte, dann hätte er die Bobbycar-Meldung selber lancieren müssen, weil die so albern ist. Aber die Centis-Meldung, die Tatsache, dass eine Marmeladenfabrik ihn einlädt zum Filmball, ist noch mal eine andere Qualität, finde ich. Und eben auch die Tatsache, was sich jetzt herausgestellt hat im Kontext mit Steuergeldern, die benutzt wurden für eine Veranstaltung, wo er gesagt hat, es sind keine Steuergelder dafür benutzt worden. Ich muss mich mal ganz ketzerisch jetzt fragen, wenn wir uns umschauen, wir sind ja nicht nur Deutsche, wir sind ja auch Europäer, und wir gucken nach Frankreich. Ich will jetzt gar nicht nach Italien gucken, wo es bis vor kurzem einen Herrn Berlusconi gegeben hat. Das haben wir ja nur noch nicht. Dann muss ich sagen, sind die deutschen Maßstäbe denn da auch andere? Also wenn wir uns erregen, ich meine, wir haben es ja ernsthaft getan, ich persönlich jetzt nicht, aber viele haben es getan, zum Beispiel über dieses Bobbycar, so ein Geschenk. Sie haben gesagt 49,50. Niemand hier abfischert sich darüber. Das war wirklich viele Palle. Gut, aber auch da insgesamt, gut, da gab es ein Upgrade. Es sind ja im Prinzip eher, ich sag mal, von den Summen, um die es geht, Petitessen. Ja, aber ist das vergleichbar zum Beispiel mit dem, was irgendwie Sarkozy eben nicht nur nachgesagt wird, sondern was tatsächlich da auch passiert ist? Gucken Sie nach Großbritannien? In Großbritannien tritt man wegen weniger zurück, als dem, was sich der Bundespräsident jetzt vorweisen muss. Also das ist eine andere Kultur. Ich habe heute Nachmittag mit dem englischen Botschafter genau darüber geredet. Der fragte auch, ja, bei uns tritt man dann relativ schnell zurück. Man zieht klare Konsequenzen. Da ist eine andere Kultur. In Frankreich beginnt auch ganz langsam ein Umdenken über die Art und Weise, wie Präsidenten ihr Amt ausfüllen, was sie alles dürfen, was sie nicht dürfen, was sie überall irgendwo Urlaub machen. In England stellt sich die Frage nicht, weil der Cameron ist, glaube ich, sehr reich und hat es bisher auch noch nicht gemacht, bei einem Unternehmer Urlaub zu machen. Es ist die Summe bei Christian Läufe. Es ist die Summe auch von Kleinigkeiten. Manche sind vielleicht eher peinlich. Aber es ist die Summe. Und die zeigt so ein Bild, ein ganz klein wenig eines Hannoveraner Schnäppchen-Jährers, der also überall versucht hat oder nicht aufgepasst hat und versucht hat, Vorteile zu ziehen. Dass der bei der Marmeladenfabrik geredet hat, das ist die Aufgabe eines Ministerpräsidenten, dass man einraucht. Darin habe ich auch nichts. Da kann man noch nichts haben. Aber ich muss ja nicht dann bei dieser Marmeladenfabrik auch noch betteln, ob ich möglicherweise im Bayerischen Hof übernachten darf mit meiner jungen Frau. Und ob die mich zum Filmball einlädten. Und ob die mich zum Filmball einlädten. Das geht einfach nicht. Also unterstellen wir mal, dass er nicht gebettelt hat, sondern dass er das unter der Tür durchgeschoben bekommen hat und nicht zurückgewiesen hat. Die Deutschen machen ja alles gründlich. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, hier bewegen wir uns durchaus auch noch auf einem internationalen Niveau. Und in anderen Ländern ist die Kultur des Zurücktreten aus Anlässen geringerer Art mit der Übernahme der politischen Verantwortung. Ist sie ganz anders ausgebildet als hier. Bleiben wir doch nochmal auch bei dem Amt des Bundespräsidenten und nach den Auswahlkriterien. Also ich möchte doch nochmal, eben wurde das ja bestritten, dass es da eine Sonderrolle gibt oder dass man da besonders hohe moralische Anforderungen stellen muss an einen Bundespräsidenten, also andere als an Minister oder Ministerpräsidenten. Aber wenn man das Amt des Bundespräsidenten sieht, die Kriterien, nach denen wir auswählen, sind die eigentlich richtig? Das sind ja Menschen, die kommen aus der Parteipolitik. Man muss davon ausgehen, dass sie auch in relativ robusten Kämpfen, die nicht immer auf offener Bühne geführt werden, dahin gekommen sind, wo sie sind. Gibt es da welche, die so völlig unbeschadet sind und dann auch eine moralische Autorität darstellen, in der irgendwie dann auch so viel Respekt und Achtung entgegengebracht wird, wie man das gerne möchte bei einem Bundespräsidenten? Diese Frage beinhaltet ja eine Unterstellung. Nämlich gibt es Leute, die so unbeschadet sind, das unterstellt in gewisser Weise, dass Christian Wulff ja auch nichts anderes gemacht hat als alle anderen. Da würde ich dann doch sehr viele Politikerinnen und Politiker sehr gerne in Schutz nehmen. Es gibt natürlich auch in dieser Berufsgruppe Schnäppchenjäger, aber es sind nicht alle. Und es gibt auch eine ganze Menge Leute, das mal, ja, das mal ein Verkehrsmittel, was ja immer zu besonders großer öffentlicher Erregung führt, egal ob es die Luftbereitschaft ist oder das Dienstdauer oder sonst was, dass das mal nicht ganz korrekt bedient wurde. Da wäre wahrscheinlich die Einsamkeit groß. Ja, das glaube ich auch. Da sind auch ein bisschen zu klein. Aber es ist nicht so, dass sich alle Leute, von Leuten, die Sie für glamourös halten, wie zum Beispiel eben Herrn Maschmeyer einladen lassen, oder dass Sie alle, ja, abgreifen, was Sie abgreifen können. Und ich will auch Christian Wulff so ernst als Person und so wichtig als Person, ich werde mich vom Amt auch nicht nehmen, dass ich jetzt, weil jemand sich offenbar in meinen Augen als schlechte Wahl erwiesen hat, dass ich deswegen gleich das ganze System über Bord werfe. Die Vorstellung, dass ein Bundespräsident, was ja diskutiert wird, direkt vom Volk gewählt wird, führt zu einer Polarisierung und dazu, dass es schwieriger wird, so über den Parteien zu stehen, wie es Leuten ja gelungen ist, von Richard von Weizsäcker bis Johannes Rau. Und es wird auch darüber diskutiert, ob man das Amt nicht gleich ganz abschaffen kann. Erstens, so wichtig, nochmal will ich Christian Wulff nicht nehmen, dass ich dafür gleich eine Institution dieser Größenordnung über Bord schmeiße. Und dann muss die Arbeit ja schließlich trotzdem jemand tun, selbst wenn es der Bundestagspräsident wäre. Also es ist ja nicht so, dass ein Bundespräsident, der noch imstande ist, sein Amt auszufüllen, einen leeren Terminkalender hätte, nach meinem Eindruck ist der von Christian Wulff im Moment ziemlich leer, weil es einfach eine Menge Themen gibt, zu denen er nicht mehr reden kann. Also Kredit und Vertrauen und Integrität ist im Moment alles schwierig. Aber ein Bundespräsident, der über diese Themen reden kann... ...einer Aufgaben, auch gerade zu diesen Themen. Richtig, aber der Bundespräsident, der das kann, der hat einen vollen Terminkalender und das kann ja der Bundestagspräsident nicht nochmal so mit der linken Hand nebenher ausführen. Wir haben ja einen Fall gehabt, Johannes Rau war ja auch am Anfang in eine Affäre verwickelt, die sogenannte Flugaffäre. Man muss das noch groß erklären, es war die Landesbank in Nordrhein-Westfalen so lächerlich, wie die ihm die Flugbereitschaft zur Verfügung gestellt hat, als er Ministerpräsident war. Ich sage mal, die Landesregierung NRW und die West-LW hatten schon eine bestimmte besondere Beziehung. Also da wäre ich vorsichtig zu sagen, die wäre überhaupt nicht vergleichbar. So, er hat aber dann sich entschlossen, auch ein Fernsehinterview zu geben, hat dann offen und ehrlich darauf geantwortet und hat dann wieder Kraft seiner Worte, weil da war der Vorgang vorbei. Und da er vorher auch schon einen anderen, ich sage mal, einen anderen Wertverkörper verkörperte, als vielleicht Christian Wulff, war es für ihn einfacher, aber es ging. Ich will keinen Bundespräsidenten überhöhen, auch wenn man jetzt gesagt hat, die waren alle so toll, mal ganz langsam. Also von Herrn Erzog ist einer einziger Satz übrig geblieben, die Ruckrede. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Richard von Weizsäcker war sicherlich derjenige, der die beste Performance hatte, eben auch durch den 8. Mai. Heinemann schon auch. Oh ja, so. Heinemann war einer. Wir haben mit den letzten beiden Präsidenten Pech gehabt. Horst Köhler war ja kein Politiker. Das war ja damals extra genommen worden, möglichst keinen Politiker zu nehmen. Der hat nicht das Nervenkostüm gehabt, um durchzuhalten. Das hat der Herr Wulff nun in der Tat. Der Herr Wulff hat es. Und nun haben wir zwei Präsidenten, die sozusagen nicht gerade für dieses Amt besonders viel getan haben. Und da glaube ich, wir müssen wieder einen Präsidenten haben, der etwas mehr, ich sage mal, Würde, Erfahrung, vielleicht auch Seriosität ausstrahlt und vielen Sachen dann doch eher über den Dingen steht und sich nicht einladen lässt. Oder eine Präsidentin. Oder eine Präsidentin, ja klar. War immer mitgedacht, ist doch klar. Immer da. Entschuldigung. Aber es zeigt doch, also der Versuch eben sozusagen einen Quereinsteiger zu nehmen wie Herrn Köhler, daran gescheitert, dass er mit den Geflogenheiten in dieser doch eher ruppigen Luft der Politik irgendwie nicht richtig zurechtkam. Er war, das darf man glaube ich mit allem Respekt sagen, eine eher empfindsame Natur, was Kritik anging. Jetzt hat man mit Wulff einen Kandidaten gehabt, der aus einer politischen Kampfabstimmung hervorgegangen ist. Das hat auch nicht geklappt. Wo soll denn dann die Figur herkommen? Nee, aber ich meine, weil ein Quereinsteiger offenbar nicht die Nerven hatte, um dieses Amt durchzuhalten, heißt, sprich, das ist ja nun ein bisschen arg hochgerechnet dann zu sagen, keiner könnte es. Und weil ein Politiker, der aus den Reihen der Parteipolitiker kommt, sich als Fehlbesetzung erwiesen hat, übrigens haben Sie so im Halbsatz, Sie haben im Halbsatz gesagt, ich erwiese Ihnen keinen Respekt, ich würde da doch gerne sagen, für sein Krisenmanagement und für sein Verhalten in dieser Affäre. Ich bestreite niemanden ganz grundsätzlichen Respekt. Das war, weil wir eingangs drüber sprachen, weil ich sagte, aber er hält ja im Augenblick durch, was ja zumindest unter sportlichen Gesichtspunkten eine beachtliche Leistung ist. Ja, aber das finde ich genau das Problem. Ich glaube, er verwechselt noch immer, ich glaube, er ist auch relativ stolz darauf, dass er durchhält. Und er tut immer noch so, als ginge es um ihn persönlich und nicht ums Amt. Also er hält das durch, er lässt sich nicht vom Hof jagen, er sieht sich als Opfer einer Medienkampagne. Denn es ist auch kein persönlicher Streit zwischen Herrn Wulff und Herrn Diekmann, dem Chefredakteur der Bild-Zeitung. Sondern dieses ist, selbst wenn, es gibt ja solche Tragödien, ich glaube, wir sind hier nicht, wir sehen sowas nicht, aber selbst wenn die Vorwürfe alle unbegründet und unberechtigt wären, was sie gar nicht sein können, weil einige Sachen sind ja unbestritten. Nur selbst wenn es so wäre, gibt es eine Situation, wo jemand dann trotzdem sagen muss, ich muss, ich kann dem Amt nicht mehr gerecht werden. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an den Rücktritt von Willy Brandt nach der Guillaume-Affäre. Dem hatte man einen Spion ins Kanzleramt gesetzt, als er Kanzler war. Er wusste es natürlich nicht, ist dann trotzdem zurückgetreten. Und es ist eine einhellige Meinung über Parteigrenzen hinweg, dass ihm an diesem auch Versagen des Geheimdienstes, das muss man auch einfach so sehen, kein Vorwurf zu machen ist. Und dass da andere Leute, trotzdem hat er gesagt, ich kann unter diesen Umständen nicht Bundeskanzler bleiben. Wobei nur ein Halbsatz dazu, ich will das aber nicht vertiefen, er war natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon ein sehr geschwächter Kanzler und wenn sowas dazu kommt, dann bleibt möglicherweise nur ein... Während Christian Wulff ein sehr starker Bundespräsident ist. Wir sind noch nicht am Ende der Geschichte, haben Sie ja eben selbst gesagt. Sie haben das Stichwort eingeführt, Bild-Zeitung, Diekmann. Und Sie haben gesagt, er, Wulff, stilisiert sich selbst als Opfer der Medien, aber er war ja eigentlich so ein Königskind der Medien auch. Er hat ja mit der Zeitung, die ihn dann irgendwie so heftig attackiert hat und immer noch attackiert, nicht die Bild-Zeitung, er hat ja mit ihr geradezu paktiert. Es gab wunderbare Geschichten über seine zweite Hochzeit, über dies, jenes, das. Also er hat ja sozusagen, ich hätte bei einer was gesagt, was ich lieber nicht sage, aber er ist ja da doch eine sehr enge Beziehung eingegangen. Wie sagt Matthias Döpfner, der Vorstandschef vom Springer-Konzern, wer mit der Bild-Zeitung hochfährt, im Aufzug fährt, auch mit der Bild-Zeitung im Aufzug wieder runter. Und das ist nun bei Herrn Wulff passiert. Wenn man da den Eindruck hat, es war freier Fall, das war gar nicht langsames Runterfahren. Wahrscheinlich freier Fall, in dem Fall ist sicherlich richtig. Ja, er hat, ich glaube, die Hannoveraner-Szene um ihn und Herrn Gläsecker herum hat eben sehr stark gerade diese Medien wie Bild und Bunte benutzt, um das Bild des Christian Wulff dort aufzubauen. Er hat es selber auch befürwortet. Er ist, glaube ich, eher der Ansicht, dass er hier in Berlin zu schnell mit der Bild-Zeitung gebrochen hat und dass die deswegen möglicherweise diese Geschichte dann gegen ihn gefahren haben. Also er ist da jetzt in einer Falle drin, aus der er, glaube ich, auf Dauer auch nicht mehr rauskommt. Aber ich meine, ist das nicht eine Erfahrung, die auch schon andere Spitzenpolitiker vor ihm gemacht haben? Also wenn man denkt, ob Helmut Kohl oder Rudolf Scharping oder Gerhard Schröder, viele haben ja eigentlich den Kontakt gerade zu Boulevard-Medien gesucht, zu den Medien sowieso, aber auch zu den Boulevard-Medien im Besonderen. Das ging eine Zeit lang wunderbar. Da gab es so längere oder kürzere Honeymoon-Phasen, also wo man irgendwie ganz verliebt ineinander war. Und plötzlich irgendwie brach das ab und die Politiker wunderten sich dann, dass ihnen so die Zuneigung entzogen war. Also darf man das als Politiker machen? Ist das nicht sozusagen der Grundmuster eines Fehlers, sich zu sehr zu öffnen gegenüber gerade Boulevard-Medien? Ich finde es unfassbar naiv, zumal übrigens auch, wenn es nicht um Skandale und Affären, sondern um Privatleben geht. Es geht, man einfach sagen muss, die Bereitschaft, mit der manche Leute bereit sind, ihr Privatleben politisch zu instrumentalisieren und sich dann hinterher wundern, dass über ihr Privatleben, auch wenn es nicht mehr so lustig ist, geschrieben wird, ist einigermaßen, finde ich, zweifel erschütternd. Weil es durchaus auch Gegenbeispiele gibt. Wenn jemand dauerhaft sein Privatleben abschottet, dann wird er auch in Krisenzeiten da abgeschottet. Nur, ich finde, wir sollten jetzt auch mal die Bild-Zeitung nicht zu hoch in den Himmel heben. Es ist nicht so, dass die Bild-Zeitung einsam und tapfer diese Affäre aufgedeckt hätte, sondern da haben zumindest recherchiert, der Spiegel, der Stern und die Bild-Zeitung, und zwar seit Wochen und Monaten. Das kann man auch im Internet nachlesen. Und die Rolle, ich meine, das müssen wir wahrscheinlich jetzt nicht nochmal vertiefen, aber die Rolle, die die Bild-Zeitung im Zusammenhang mit diesem Anruf auf der Mailbox gespielt hat, finde ich mehr als anrüchig. Also man kann sowas veröffentlichen, finde ich. Da gibt es auch Medienrechtler, die sagen, also was auf einer Mailbox ist, fällt nicht unter Vertraulichkeit. Was bis heute nicht passiert ist. Oder man kann es nicht veröffentlichen. Aber es anderen Medien zu stecken und dann scheibchenweise und absatzweise sowas zu veröffentlichen, da wundere ich mich nicht, dass da Eindruck Kampagne entsteht. Und da fand ich, die Bild-Zeitung war nicht gerade der Vorkämpfer der Pressefreiheit, die sie für angegriffen erklärt hat, weil Christian Wulff auf in der Tat bedrückende Weise die Kontrolle verloren hat. Also die Bild-Zeitung ist hier nicht, es ist kein Zweikampf zwischen Bild-Zeitung und Christian Wulff. Es ist ja auch fraglich, ob die Pressefreiheit in diesem Land, die ja nun auch eine gewachsene Größe ist mittlerweile, ob die wirklich gefährdet war durch diesen Anruf. Aber ein anderer Aspekt, den Sie angesprochen haben, den finde ich noch ganz interessant. Und zwar sagen Sie, es haben ja auch andere recherchiert. Also eben von Spiegel bis FHZ. In FHZ glaube ich nicht. Spiegel und Stern waren es. Also Spiegel, Stern und Bild. Und all das, was man hört, war es ein Dreikampf zwischen den beiden. Wer veröffentlicht als Erster? Und ich glaube, die Bild-Zeitung hatte irgendwie mitbekommen, dass möglicherweise der Stern etwas eher rauskommt und hat dann ihn angeschrieben mit den Fragen und Antwort gebeten, einen Tag verschoben. Und dann nächsten Tag kam dann, oder einen Tag später kam dieser Anruf, den würde ich jetzt auch nicht als Angriff auf die Pressefreiheit nehmen und Verletzung des Artikels 5 Grundgesetz. Das ist ein bisschen hochgehebt. Und es ist ja nicht so, ich habe ja auch mal eine Funktion wahrgenommen, wo man auch mal den einen oder anderen Anruf bekommen hat, den nimmt man als Chefredakteur entgegen. Und das war es dann. Und dann setzt man sich auseinander. Und das war es dann auch. Also das ist jetzt nicht eine Geschichte, die Deutschlands Pressewesen erschüttert, wenn man Politiker beim Chefredakteur anruft. Also die Art und Weise, wir es gemacht. Wir es gemacht, das finde ich dann, geht schon ein bisschen drüber raus. Und ich drohe auch nicht. Das ist ein Unterschied, das ist für mich ein wirklich großer Unterschied, ob ich einen Anruf kriege, wo sich ein Politiker darüber beschwert, wie ich über ihn geschrieben habe, oder ob er anruft und sagt, wenn du das tust, dann passiert dies und jenes. Das war eine Mischung aus Beidem, aus Anruf drohen und verschieben. Und außerdem wird einem natürlich ein bisschen Angst und Bange. Der Bundespräsident hat, wir wissen es alle, selten Macht. Er hat nur in echten Staatskrisen. Dann hat er Macht, wenn schon ein drohender Artikel in der Bild-Zeitung bei ihm eine solche Panik auslöst, dass er jede Kontrolle verliert. Was macht denn der Mann, wenn wirklich mal eine Staatskrise ist? Also das ist ja auch so von der fachlichen Eignung her ein bisschen zweifelhaft. Ja, wobei, was Nervenstärke angeht, haben wir gerade schon drüber gesprochen, hat er ja jetzt wieder irgendwie aufgeholt. Aber kommen wir nochmal zu den anderen Medien. Was ich erstaunlich finde, ist, dass es doch eben so eine gleiche Stoßrichtung gibt und auch eine gleiche Bewertung und ein gleiches Wichtignehmen aller relevanten Medien in diesem Land, was diese Affäre angeht. Also da hatte man ja den Eindruck, da passt eigentlich in der Stoßrichtung auch kein Blatt Papier zwischen zum Beispiel die FAZ, eine eher bürgerlich-konservative Zeitung und was weiß ich. Vielleicht liegt es daran, dass es objektivierbar einfach hier Normen verletzt worden sind, die was wert sind und die sich weder die Medien noch auch die Öffentlichkeit, die inzwischen ja auch nicht mehr so beglückt ist über den Bundespräsidenten, einfach wegnehmen lassen will. Dass die Idee, wir können es nur nochmal wiederholen, die Idee, dass Politiker sich als Schnäppchenjäger betätigen, einfach eine Idee ist, die sehr vielen Leuten, seien sie Journalisten oder nicht, nicht gefällt. Da kommen mir jetzt die Medien ein bisschen sehr gut weg, weil das klingt jetzt alles sehr edel. Es kann ja auch in dem Fall so sein. Auf der anderen Seite hat man ja auch, gehen wir mal eine, zwei Affären zurück. Da haben wir uns vor einem Jahr unterhalten über Herrn von und zu Guttenberg. Da hatte man erst den Eindruck, ob Stern, ob Spiegel, ob Bild-Zeitung, die haben ihn in den Himmel gehoben, auch wirklich im Gleichschritt geradezu, um dann irgendwie sozusagen, als der Hebel umgelegt wurde, auch gleichermaßen zu sagen, dass, ich glaube, die Bild-Zeitung muss man da ausnehmen, die hat ja bis zum Schluss tapfer zu ihm gehalten. Und die Zeit. Giovanni Di Lorenzo hat wirklich sehr deutlich gesagt. Der ist inzwischen, wie wir wissen und wie er es öffentlich bekundet hat, sehr bereut. Jeder hat ja mal eine Sprache. Ja, absolut. Aber so, ich wollte nur sagen, sind die Medien da auch enger aneinandergerückt, vielleicht in den letzten Monaten und Jahren? Und woran könnte das liegen, wenn es so wäre? Ja, ich glaube, ein Punkt ist sicherlich, das hören viele nicht sehr gerne, ist das Online, sind die sehr schnelle Verbreitung von Nachrichten, die sehr schnelle, auch zugespitzte Meinungsmache. Das hat sicherlich führt zu einer Art, ich sage mal, hier und da schon mal Herdentrieb. Und man muss auch schon mal selber eigene Redaktionen dann sagen, pass mal auf, Leute, so würde ich das jetzt nicht so sehen. Da gibt es auch noch einen anderen Punkt, sollten wir vielleicht daran mal aufgehen. Also der Herdentrieb hat ein wenig zugenommen. Bei Guttenberg war es einfach so, das war ein Typ, der kam wie irgendwie ganz jung und frisch hier nach Berlin. Alle sind drauf reingefallen, war ein Glamour-Paar. Hat auch paar ja Geschichten zunächst verbal auch angegangen, wo man gesagt hat, oh, da traut sich einer was, nehmen wir mal Abschaffung der Wehrpflicht, ob das gut war oder nicht, oder Bundeswehrreform. Und das als Unionspolitiker. Und das als Unionspolitiker. Also da war ein Typ, der auf einmal sehr viel anders gemacht hat als die traditionelle Union. Dass der ein Plagiator war, hat man dann erst später herausgefunden. Und dann sind in der Tat bis auf die eine Zeitung, die Sie gerade erwähnt haben, und nachdem die Kanzlerin ihm dann auch noch gesagt hat, ich habe ja keinen Doktoranden eingestellt, sondern einen Minister. Das war natürlich dann die Beleidigung, wie sagen wir jetzt, in Anführung der gesamten deutschen Wissenschaft. Da war er geliefert. Aber es ist auch ein Beispiel, Guttenbergs waren überall, in jedem Medium, haben sich geöffnet. Und wer sein Privatleben öffnet, der muss damit rechnen, dass am Ende alles wieder ging. Und das waren ja dann Lobhudeleien in teilweise kaum noch steigerbarer Form. Ja, da muss man wirklich trennen. Zwischen der Frage, ob Leute zu stark hochgeschrieben werden, gehypt werden, um es neudeutsch zu sagen, eine Star-Qualität entwickeln, was ich im Einzelfall unangenehm finde. Aber gut, das ist halt so, da bin ich bei Ihnen, das ist Teil der Medienwirklichkeit. Oder wie Medien darauf reagieren, wenn neue Informationen bekannt werden. Eine gefälschte Doktorarbeit kannten wir nicht. Und auch Sie haben ganz zu Beginn dieser Sendung ein paar Skandale in eine Reihe gestellt, wo ich zum Beispiel Christian Wulff in Schutz nehmen möchte. Ja, mit Kachelmann. Es ist ein Kachelmann, ist einer Straftat beschuldigt worden. Er wurde dann freigesprochen und dieses musste geklärt werden vor einem Gericht. Also in der Tat unterstellt niemand dem Bundespräsidenten, sich einer Straftat von dem Ausmaß schuldig gemacht zu haben, dessen Herr Kachelmann angegriffen worden ist. Und ich meine, wie gesagt, ich fand Herrn Guttenberg schon als Minister nicht so klasse, aber aus politischen Gründen. Nur, die Frage stellt sich doch in dem Moment nicht mehr, wo jemand abgeschritten hat. Das ist doch eine ganz andere Frage. Die Frage, die ich aber gestellt hatte, war ja, und Uli Lippendorf hat ja gesagt, das Internet ist da so ein Treiber. Es gibt so eine, ich sag's mal ganz böse, so eine Meutenbildung dann, auch was Berichterstattung angeht. Ich meine festzustellen, dass das nicht immer so war, dass das eher so ein bisschen zugenommen hat. Und könnte das Internet tatsächlich so ein Treiber dieser Entwicklung sein? Das Internet führt in der Tat, also der ganze Online, aber auch die Beschleunigung bei den elektronischen Medien und die Vielfalt der Sender, die es inzwischen gibt und die miteinander konkurrieren, führt zu einer massiven Beschleunigung. Und dazu, dass man manchmal wirklich gar nicht mehr dazukommt, noch einen klaren Gedanken zu fassen, weil atemlos irgendwas rausgehauen wird. Die Meutenbildung, wie Sie das nennen, die hat es natürlich früher auch gegeben, nur vor anderen Vorzeichen. Also es gab Zeiten, und da bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass das nicht mehr so ist, wo klar war, welches Medium steht den Rechten nahe, welches Medium steht den Linken nahe und wo völlig klar war, die FAZ hätte damals keinen CDU-Politiker angegriffen und die TAZ hätte keinen CDU-Politiker verteidigt. Und dass das heute nicht mehr so ist, das finde ich wirklich ein Qualitätsgewicht. Früher war es eine journalistische politische Meute und heute ist es eine journalistisch-Themenmeute. die immer wieder da hineingeht. Und es ist schwieriger heute, das auf jeden Fall auch mal einen verquerenen Gedanken zu positionieren. Weil es alles schneller geworden ist, härter, man auch nicht immer die Zeit hat, irgendwie dann nochmal abzuwägen, die man ja früher hatte. Also wenn früher eine Zeitung gemacht wurde, das war ja dann doch noch in einer anderen Taktung. Ja, es ist schneller, es ist die Anzahl der Sender, die Anzahl der Meldungen, die Anzahl... Geht das auf die Qualität auch irgendwann? Ja, natürlich. Geidet die Qualität darunter? Ich sage, selbstkritisch muss man sagen, irgendwann ja. Und sicherlich auch in den letzten Jahren hat es immer mal Fälle gegeben, wo man gesagt hat, da hätte man lieber noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um vielleicht den zweiten oder dritten Gedanken zu haben oder man hätte nochmal nachfragen müssen. Aber ich sehe da schon eine große Gefahr. Wenn diese Schnelligkeit weitergeht, wird das unweigerlich auch mal auf die Qualität zurückschlagen. Das tut es doch bereits. Ich meine, die Leute planen doch auch danach. Also ich meine, es ist doch auch kein Zufall, wann zum Beispiel ein Interview wie das, das Christian Wulff, ARD und ZDF gegeben hat, aufgezeichnet und gesendet wird. Es war völlig klar, er macht es zu dem Zeitpunkt, wenn es spät wird für die Printmedien, noch das zu kommentieren, was er eigentlich gesagt hat. Und so schnell, wie das Nachrichtengeschäft heute ist, hatte er eine reelle Chance, dass man dann am nächsten Tag sagen würde, naja, jetzt ist es ja eine Nachricht von vorgestern, wenn wir morgen erscheinen, jetzt ist es zu spät. Und jeder Parteitag wird so geplant, dass man sagt, wir wollen unter Umständen die elektronischen Medien gerne mitnehmen für die Hauptrede, aber wir wollen verhindern, dass die Printpresse es noch kommentieren kann. Ich meine, die Tatsache, dass man bestimmte Tagesordnungspunkte auf, ich vermute auch, dass da so ein Widerspruch kommt, dass man bestimmte Tagesordnungspunkte auf bestimmte Medien hin plant und bestimmte zeitliche Abläufe. Natürlich hat das dann auch was mit Qualität zu tun. Also ich will da sogar den Bundespräsidenten in Schutz nehmen, weil es war nicht so, dass er von sich aus gesagt hat, dann kommen die Printmedien da nicht mehr nach, sondern... Zugeben würdest du es nicht? Nee, 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 nun war ich Zeuge, liebe Frau Gaus, und man sollte vielleicht so mit Beurteilung ein bisschen vorsichtig sein dann. Also es hat ein Vorgespräch gegeben zwischen Frau Schausten, dem Bundespräsidenten, Herrn Nagelbölling und mir, und da ist genau auch darüber beredet worden, wann machen wir das. So, und dann haben wir gesagt, okay, wir würden es um 17 Uhr gerne aufzeichnen, 17.30 Uhr und nicht zu spät machen, und da hat er zugestimmt. Wir haben dann gemeinsam überlegt, wie kriegen wir die Sperrfristen und wie kriegen wir sozusagen die Medien, auch die Printmedien noch rein. Wir haben sogar Angebote gemacht, bei uns ins Studio zu kommen, mit Agenturen, mit Printmedien, das ist dann wieder verworfen worden, dann ist es sozusagen auf die Bundestagsfernsehschiene gegeben worden. Also ich bin nicht dazu dahin, Wolfgang in jeder Position in Schutz zu nehmen, aber hier, glaube ich, unterstellen Sie etwas, was er so nicht geplant hat. War es nicht so, dass er nicht wollte, dass es live gesehen wird? Nein, das war nicht so. Das war eine gemeinsame Entscheidung von uns allen, es um 17 Uhr, 17.30 Uhr aufzuzahlen. Sie haben ja eben das Wort von der Unschuldsvermutung ausgesprochen, das muss jetzt auch für Uli Deppendorf gelten. Ja, ich war ja, weil das aber eine Aussage war, und bei Wolf geht es ja auch um Aussagen, und es ist immer die Frage, glaubt man es oder glaubt man es nicht? Ich hoffe mal, Frau Kaus glaubt Ihnen das, ohne Einschaltung eines Gerichts. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass das Internet ein unglaublich brutaler Treiber ist, dass das auf Kosten von Abwägen geht, also dass es wirklich journalistische Qualität angreift auch, oder sozusagen zum Überdenken von Standards führt, wie kann man denn dagegen halten? Welche Möglichkeit gibt es, das sozusagen so zu entschleunigen, dass dann ein Stück Seriosität, das vielleicht verloren gegangen ist, wieder zurückkommt? Wir diskutieren schon seit zehn Jahren über, seit das Internet jetzt kommt, immer wieder ums Entschleunigen. Ich glaube, da ist nicht mehr allzu viel zum Entschleunigen. Die Konkurrenz ist da, ich vermute, es wird eher noch zunehmen, weil bei den Printmedien natürlich das Internet viel mehr, also bei den Zeitungen noch viel mehr in den Vordergrund treten wird. Die Konkurrenz wird dann noch viel größer werden, das Internet wird ein Geschäftsmodell bei den Zeitungen mehr werden, also der Printsektor. Also das ist, glaube ich, da wäre ich mit entschleunigen, vorsichtig. Es ist ja auch nicht so, dass es nur schlecht ist. Wir haben ja heute im Internet so viele Informationen, so schnell parat, wie sonst, glaube ich, noch nie in der Geschichte des Informationszeitalters. Nicht nur im Internet, mittlerweile auch auf dem Fernsehschirm, wenn wir wollen. Ich glaube, es ist eher eine Frage wie eine Redaktion. sich dann aufstellt und sagt, okay, wir lassen auch mal Raum dafür, dass hier eine andere Strang verfolgt wird, dass eine gegenteilige Ansicht auch mal präsentiert wird. Oder auch mal sagt, okay, Freunde, wir gehen in diese Geschichte nicht rein, weil wir wissen oder wir sind der Ansicht, an dieser Geschichte ist so nichts dran. Aber damit, also wenn es nicht gelingt, da eben tatsächlich so einen Damm einzuziehen, ist ja die Gefahr, dass eben nicht nur, wie wir es erlebt haben, die Politik an Glaubwürdigkeit verliert, sondern auch die Medien an Glaubwürdigkeit stark verlieren. Diese Tendent ist ja da, weil die Menschen wollen ja... Wie ist das zu pauschal? Also ich glaube in der Tat, man kommt, wir haben ja die Folgen, die problematischen Folgen von Beschleunigung erörtert. Nur, ich glaube, dass es jetzt schon eine gegenläufige Bewegung gibt. Und zwar nicht, indem man sagt, wir schaffen das Internet ab. Oder auch nicht, wir sagen, wir gehen auf irgendein Thema nicht drauf. Ich glaube, das ist nicht auf Dauer durchzuhalten. Sondern die Erwartungshaltung auch der Konsumenten ändert sich ja. Also wenn man früher gesagt hat, ich informiere mich über eine Tageszeitung. Ich glaube, dass sich sehr wenig Menschen über eine Tageszeitung, über die Nachrichtenlage heute noch informieren. Die informieren sich aus elektronischen Medien und aus dem Netz. Aber sie erwarten von einer Tageszeitung eine ausgeruhtere Hintergrundberichterstattung, als sie das wahrscheinlich vor 40 Jahren getan haben. Und es zeigt sich auch, dass bestimmte Publikationen, die nun wirklich nicht leicht zu lesen sind unter Umständen, Lettre International oder Le Monde Diplomatique, Economist, dass die ja durchaus nicht weniger gelesen werden, sondern vor fünf Jahren haben alle von der großen Krise des Printjournalismus geredet. Im Moment ist es da ein bisschen stiller geworden. Ich glaube, dass sich auch eine Erwartungshaltung des Publikums an das, was sie von den verschiedenen Medien unterschiedliches erwarten, verändert. Es wird kritischer und Qualitätsmedien haben noch eine Chance, beziehungsweise vielleicht sogar noch eine große Zukunft. Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei Ihnen für das differenzierte und aufschlussreiche Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Ja, Blick in die Zukunft, was die Causa-Wulff angeht, ist schwer. Wie jede Prognose, die auf die Zukunft gerichtet ist, schwer ist. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und schönen Abend. Applaus 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 Applaus